Unser Anfang liegt im Jahr 1957, als Verpackung noch Nebensache war. Heute sind wir mit unseren innovativen Verpackungen Marktführer und entwickeln uns ständig weiter. Papier, Mettler. Mit unserer Hightech-Produktion und großen Kapazitäten erfüllen wir alle Anforderungen an moderne Verpackungen. Wir werben für Marken, schützen Produkte und werden unserer ökologischen und sozialen Verantwortung gerecht. Wo Technologie und Menschen zusammenkommen und alle Herausforderungen gemeistert werden. Wir erfüllen höchste Standards. Vom Rohstoffeingang über die Fertigung bis hin zur Belieferung. Wertvolle Abfälle werden durch das eigene Recycling und im geschlossenen Kreislauf wieder zu hochwertigen Rohstoffen. Denn Recycling schützt unsere Umwelt. Flexible Logistik ist ein wichtiger Teil unserer Leistungen. Effiziente Automatisierung, große Lagerkapazitäten und weltweite Logistiklösungen gewährleisten, dass die richtigen Produkte zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Unsere Mitarbeiter vor Ort kümmern sich mit großem Engagement darum. So kombinieren wir lokale Expertise mit globalem Know-how, um individuelle Verpackungen anzubieten. Und stellen unsere Kunden mit ihren vielfältigen Anforderungen und Wünschen in den Mittelpunkt. Mit umfassender und objektiver Beratung, bester Qualität und ständigen Innovationen. Egal für welche der vielfältigen Lösungen Sie sich entscheiden. Papier Mettler bietet Ihnen alles aus einer Hand. Untertitelung im Auftrag von K平常 2201 Pro謝謝 haltig Die Kare Find